Ich glaube, das, was der Destruktive sagt, genauso wird's sein. Ah! Hier ist schöne Fahrstuhlmusik. Bei mir hieß er Ailey. Überleben ist einfacher, wenn sie... Weiß nicht... Ich kann einen Bewegungsmelder bei mir tragen. Oh, das ist fast ein bisschen wie in Berlin, die U-Bahn. Also... Hier drin ist die Maussensibilität etwas hoch. Okay, das sind die Schränke. Hilfe! Gut. Das dauert ja voll lang, bis man in den Schrank reingeht. Und vielleicht sollte man auch die Schränke leiser wieder aufmachen. Salomon's... Workplace... Workplace... Lorenz... Dingsbums Lobby. Ja, genau. Bitte achten Sie auf den Unterschied zwischen Bahn- und Bahnsteigkante. Boah, man könnte ein Let's Play machen, wo man einfach drei Stunden im Schrank steht. Und nichts passiert. Zugangscode benötigt. Erstmal Schneider benötigt. Und die Schränke gehen nicht, weil die nicht grün leuchten. Oh, Map-Erweiterung. Okay. Gut, jetzt sind wir da... Hä? Ich geh hier nochmal gucken. Vielleicht gibt's Loot. Gib die Hoffnung nicht auf, dass ich irgendwo Loot finde. Dass ich mein Medkit fertig machen kann. Medkit, Medikit. Hier war ich ja schon. Hä? Hä? Tür verschlossen. Dann gehen wir jetzt hier rein. Easy. No weapons. Ich hab keine Waffen. Okay, hier können wir rein. Tür wird es schreien. Ja, das ist noch schlimmer als Hawkins. Wo gehen wir zuerst rein? Hier. Nee, da ist jemand. Okay, wir kommen hier nicht lang. Okay. Ich glaub auch, dass man das Alien jetzt schneller sehen wird, als man glaubt. Auf jeden Fall. Es ist ja schon in unserer Nähe. Es hat uns ja schon Excel geklaut. Achso. Ja, cool. Dann hätte ich auch hier rausgehen können. Ich denk schon, dass das eine Versteckmöglichkeit ist. Wir müssen hier rein. Diese Kanal. Hey, Entschuldigung. Ich hab keine Waffe. Ich hab nur so'n Fleischklopfer. Oh, mit wem hat die geredet? Die hat gesagt, Leute, hier ist jemand. Aber hier ist doch niemand. Mehr. Ich geh mal gucken. Neuverkabelung. Nutzen Sie Neuverkabelung, um Systeme im umliegenden Bereich ein- und auszuschalten. Systeme teilen sich eine begrenzte Stromversorgung. Systeme auszuschalten, stellt den Strom zur Verfügung, um andere einzuschalten. Das ist ein bisschen wie Cyberpunk. oder Watch Dogs, wo ich so hacken kann und so. Die ist hier rübergerannt. Kein Loot. Das ist einfach irgendwo Loot. Wo ist die denn hingerannt? Musst du in 30 Minuten essen? Ja. Gibt es VOD? Dann kannst du weitergucken. Twitch merkt sich ja, wo du aufgehört hast. und dann kannst du... Also, wir könnten dort rein. Sollte ich hier runtergehen oder werde ich dann gesehen? Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin. Dörfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Äh, okay. Musste ich hier hin. Wir gehen mal klettern. Kommt außerdem jemand. Kommt außerdem jemand. Oh. Es... Ups. Es ging nach unten. Hä? Wie soll ich denn hier klettern? Äh, wie lange ich noch streamen werde? Eins, zwei Stündchen. Denke ich. So ein bisschen noch. Ich hoffe auch, dass bald... ...das passiert, was ich eigentlich erwartet habe die ganze Zeit. Dass ich hier neblig... ...sterbe. ...vor Angst. Das war Schneider haben wir noch. Immer nicht. Nichts. Da ist wer. Ja. Oh, was? Was? Ich will hier weg. Ich will hier weg. Ich war gefangen im scheiß Loot-Menü. Achso, jetzt habe ich... Hätte ich lieber den anderen Speicherpunkt nehmen sollen? Jetzt bin ich ja wieder ganz am Anfang. Also da, wo ich halt zuletzt gespeichert habe. Das ist ja doof jetzt. War hier Loot? Bleiben Sie zurück! Leute, hier drüben! Hier ist jemand! Hat das Spiel automatische Speicherstände, die besser sind als die, die ich hab? Äh, wo ging's raus? Ja. So. Ich hab halt keine, ich hab nur mein, mein Schlagding. Sehr selten, lass es von selbst speichern. Jedes Geräusch lässt mich erzitteln. Der war ja da. Noch einer. Nein! Was ist denn ein Missionsspeicherstand? Ist das praktisch? 15.24 Uhr, da sind wir wieder genau da, wo ich gerade war. Das ist voll doof. Ich hätte gerne einen schönen Speicherpunkt. Die ganze Mission nochmal? Nee. Das ist doof, dass das so dumme... Warte, dass das... Oh, jetzt bin ich falsch gelaufen. Da ist die Save Points so... Oh. War das noch auf? Ich will sie halt gern töten, weil ich ehrlich gesagt gern das Loot möchte. weil ich befürchte, dass dieses... Ähm, dieses Datending, was ich brauche, dass das einer von denen bei sich trägt. Und ich krieg vielleicht ne Waffe. Ich will sie schon gern looten, ehrlich gesagt. Hier war ja wieder nichts. Aber ich weiß nicht so richtig, wo ich mich verstecken soll. Ich brauche halt dafür so'n Datenpunkt-Ding. Der Schaltkreis ist hin und dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle. Ich gehe davon aus, die haben die vielleicht bei sich. Deswegen würde ich die eigentlich schon gern looten. Und dann dann in das Loch, in das hier? Das Problem ist halt, dass die so laut sind, wenn die sterben. Du kannst aber laut sagen. Wir sind zu zweit. Wo ich hergekommen bin. Wo ich hergekommen bin. Halt dein Mund. Von wo schießen die schon wieder? Weißt du nicht, was das bringen soll, ehrlich gesagt. Vielleicht beruhigen sie sich wieder. Das Problem ist halt, es dauert halt immer ne Weile, bis die Türen und so aufgehen. Das wäre nichts gewesen. Sie. Durchsucht jede Ecke. Lasst euch das ein. Vergesst keine Ecke. Momentar voll. Ist euer Ernst? Alles klar. Ein Eindringling! Ich kann nur Freischuss aushalten. Das ist jetzt nicht so viel. Ich habe keinen Medikit. Ich warte einfach. Die beruhigen sich wieder. War's gut, Karin? Wir kriegen sie noch. Wir kommen bis hier raus. Sucht weiter. Schaut euch um. Das ist doof. Die steht dort. Ein Treffer und ich bin wieder tot. Gut. Genau. Feier schön rein. Ist die gegangen? Die. Ist die. Ist die. Die ist weg, ne? Ob mein's glaubt oder nicht. nicht. Boah, man füllt ja nicht mal komplett auf. Das Leben. Was jetzt? Was jetzt? Ja. Muss ich wieder. Die steht die ganze Zeit hier. oder? Ich dachte, die ist wieder reingegangen. Ich dachte, die ist wieder reingegangen. Oh, das sieht schon nice aus. Das sieht schon richtig cool aus. Die armen Menschen. Ah. Ich hab was gehört. Ich hab was gehört. Schnell. Ah, hallo. Ah, hallo. Ich bin immer noch auf der Suche nach dieser Datenzelle, ne? Oh, ein Speicherpunkt. Na dann. Da ist die Datenzelle, oder? Eine Waffe. Das Spiel ruckelt gerade bei mir ganz leicht, keine Ahnung warum. Hier ist ein Schrank. Das Spiel ruckelt. Das Spiel ruckelt. Was? Gerät unzureichend. Betitelt der mich schon als Gerät? Hier hinten ging es ja noch weiter. Ist ihr auf der Karte vermerkt? Also ich muss hier wahrscheinlich jetzt weiter und irgendwo da scheint die Datenzelle zu sein. Ich habe ich auch irgendwo eine Kartenerweiterung übersehen. Ja. Okay. Hat es auch so aufgedeckt. Wo sehe ich mein Inventar eigentlich? Steht immer da Inventar voll. Was? So viele Schlüsselkarten brauche ich noch? Okay. Was? Rauchgranate? Äh. Falsch. Gut. Ich könnte eine bauen. Soll ich? Warum nicht? Oh. Äh. Ups. Da ist auch jemand tot. Da ist auch jemand vor. Da ist auch jemand vor. Da ist auch jemand vor.